so hi und hallo mal wieder heute öffnen wir wieder 20 booster und zwar von skylander von den grünen tütchen um zu schauen was da drin sein kann diesmal werde ich das anders machen welche tütchen alle geöffnet habe welche einzelnen bilder als daumenkino abfotografieren und natürlich präsentieren also dann bis gleich weiter Vielen Dank. So, und das ist der passende Müllhaufen dazu, zu den 20 Boostern. Hier sind nochmal die 100 Karten. So, wenn ihr mitgezählt habt, und es waren keine 100, alle Doppelten, die habe ich natürlich nicht fotografiert. Also ich hoffe, ich konnte euch helfen, was da drin sein kann. Und sage deshalb, wie immer, bis zum nächsten Mal, guckt hin und schaut zu.